Herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz hier bei Holstein Kiel vor unserem kommenden Auswärtsspiel in Magdeburg. Anpfiff morgen Abend ist um 18.30 Uhr. Wir erwarten über 500 Holstein-Fans vor Ort und damit kommen wir dann auch schon zum sportlichen Teil und da begrüße ich wie immer unseren Cheftrainer Marcel Rapp hier oben auf dem Podium. Auch für das kommende Spiel fehlen ja die Langzeitverletzten Kalle Johansson, Vita Arp, Benni Pichler, Philipp Sander und Thomas Dehne. Wie morgen in die Runde. Aurel Wackbe ist noch krank, der wird ausfallen. Bei Finn Porath und Marvin Schulz sieht es so aus, dass sie heute wieder auf dem Trainingsplatz sind. Da gehe ich davon aus, dass alles gut läuft, dass sie mitgehen können. Steven Skripski war ja krank, der ist wieder gesund und so ist die personelle Situation. Ja, vielen Dank Marcel. Damit kommen wir zu den Fragen der Kollegen hier vor Ort von der Presse und da starten wir mit Niklas Heiden von den Kieler Nachrichten. Bitte. Guten Morgen Peer, guten Morgen Marcel. Marcel, lass uns nochmal beim Personal bleiben. Benni Pichler zählt jetzt als Langzeitverletzt. Wie ist denn da überhaupt die Prognose und die Perspektive? Wie sieht es da bei ihm aus? Ja, schwer zu sagen. Benni Pichler ist ja in Behandlung in Österreich. Es geht voran, es geht besser. Er war jetzt auch schon auf dem Trainingsplatz. Aber da einen Zeitraum abzugeben oder vorzugeben, glaube ich, ist nicht seriös. Weil man einfach nicht sagen kann, wie lange das dauert. Wir wollen ihn auch nicht unter Druck setzen mit irgendwelchen Daten, wo wir jetzt sagen, du musst da wieder auf dem Trainingsplatz sein oder da musst du wieder spielen. Also von dem her, wir geben ihm alle Zeit der Welt. Ich glaube, das braucht er auch. Und dann gucken wir mal, wann er wieder da ist. Die nächste Frage dann von Matthias Herrmann, bitte. Ich möchte nochmal nachhaken. Es war ja, glaube ich, bis zuletzt immer von Leichtenproblemen die Rede. Gab es da eigentlich nochmal eine Konkretisierung? Gut, ich bin jetzt halt der Trainer und kein Arzt. Aber die Leichtenproblematik ist immer noch da. Und das ist die Diagnose. Und was anderes habe ich jetzt nicht mehr gehört und es gibt auch nichts anderes. Marc Kramhoff, Händeher, bitte. Moin. Ich würde tatsächlich auch ausgehend vom Personal nochmal so einen kleinen Schwenk in die Medizin machen wollen. Wir reden jetzt seit zwei Wochen wieder über Infekte. Das trifft ja wahrscheinlich auch generell auf die Gesellschaft zu. Jetzt haben zum letzten Spiel schon einige, über die wir vergangene Woche gespielt haben, die standen schon wieder im Kader, haben teilweise sogar gespielt. Erste Frage, mir kommt das immer sehr schnell vor. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Infekt habe, bin ich zwei Wochen raus aus meinem Sportprogramm. Wie wird das gehandhabt? Kriegen die Spieler einen Karton mit Medikamenten mit nach Hause? Oder wie wird das gemacht? Und kann ein Profikörper das eigentlich noch viel besser vertragen? Gibt es da Erkenntnisse? Und zweite Frage, während Corona wurde ja auch viel darauf geachtet, dass Spieler nicht zu früh wieder starten. Welche Tests müssen die eigentlich im Moment so machen, bis sie als Trainer wieder grünes Licht bekommen? Ja, unsere Spieler gehen zum Internisten und er ist da sehr fürsorglich. Ich glaube, das hat man in der Vergangenheit auch gesehen, dass wir da sehr fürsorglich mit den Spielern umgehen. Und so ist es jetzt auch. Das heißt, bevor die wieder auf dem Trainingsplatz stehen, werden die da gecheckt. Dann werden sie wieder eingegliedert, auch mit einem Programm, mit einem Reha-Trainer. Also da gehen wir schon sehr fürsorglich mit den Spielern um. Und grundsätzlich, ich bin jetzt kein Mediziner, aber ich gehe davon aus, dass ein Profikörper schon ein anderes Immunsystem hat wie einen normalen Körper, wenn man nur zweimal die Woche Sport macht. Und wenn dann so ein Körper mal runterfährt, dann geht es relativ schnell, dass er sich auch gut erholt. Und deswegen, glaube ich, ist das der Unterschied zum Otto-Normalbürger, dass ein Profisportler einfach sich schneller erholt von so Infekten wie der Otto-Normalbürger. Und was die für Medikamente kriegen, ist ja relativ einfach, ist ja vorgeschrieben. Die kriegen die Medikamente, die dann auf der Dopingliste stehen. Also essen viel Vitamine. Aber ich glaube, die Ruhe ist ja dann ein Stück weit das, was den Körper wieder aufpäppelt. Und der Schlaf, und das machen die Jungs. Und dann sind sie dann auch zeitnah wieder fit. Ich hoffe, ich konnte die Frage zwar nicht medizinisch, aber so beantworten. Mike Brockstedt von RSH, bitte. Ja, guten Morgen auch von mir in die Runde. Ihr seid als Herbstmeister in die Rückrunde gestartet, jetzt direkt ins neue Jahr mit zwei Niederlagen im Kopf. Das hätte man sich natürlich anders vorgestellt. Was macht euch jetzt Mut für das Spiel gegen Magdeburg? Beziehungsweise wie war die Stimmung jetzt auch in der Woche in der Mannschaft? Ja, grundsätzlich, wenn man zwei Mal verliert, findet man nicht so cool. Aber man muss die Leistung sehen. Und ich glaube, wer das Spiel gegen Kreuter Fürth gesehen hat, gegen einen guten Gegner, hat eine Mannschaft gesehen, die da mindestens auf Augenhöhe war, die einen Punkt verdient hätte, die vielleicht auch sogar einen Sieg verdient hätte, wenn der Torverlauf ein bisschen anders gewesen wäre. Und das ist das, was zählt. Die Leistung zählt und die Leistung wird dann irgendwann mal Punkte ergeben. Und deswegen war die Stimmung jetzt nicht am Boden, sondern klar, wir wollen gewinnen, wir wollen Punkte holen. Aber wir haben gesehen, dass wir eine gute Leistung gebracht haben und das gilt es jetzt, in Magdeburg zu wiederholen. Ja, dann bitte ich jetzt um Handzeichen bei weiteren Fragen. Niklas, bitte. Apropos Magdeburg, nicht unbedingt deiner und euer Lieblingsgegner, aber es geht ja jetzt auswärts. Dementsprechend keine lange Negativ-Serie sozusagen. Was erwartest du denn für einen Gegner und was erwartest du für ein Spiel? Ja, Magdeburg weiß man, er will Fußball spielen, viele Tripler in ihrer Mannschaft, sehr spieldominante Mannschaft, wo wahrscheinlich jeder Trainer im Vorfeld sagt, wo es immer wieder Räume gibt beim Umschaltspiel. Ich glaube, das sagt jeder Trainer, wenn man gegen Magdeburg spielt. Und so wird das Spiel dann aussehen. Matthias, bitte. Ja, beim Personal wirst du dich ja wahrscheinlich noch nicht festlegen, aber Tom Rote wird ja jetzt definitiv gelb gesperrt sein. Was sind da so die Überlegungen, wie du den Ausfall anfangen könntest? Ja, da haben wir viele Optionen. Also wir haben Mikkel Kierkeskopf, der da spielen kann. Wir haben mit Commander jemanden, der da spielen kann. Wir könnten Jonas Sterner da hinstellen, der das spielen kann. Also ich glaube, da gibt es genug Optionen für uns, die wir bedenkenlos spielen lassen können. Marc, bitte. Sie haben es eben auch nochmal angesprochen, auch ja schon vor allem nach dem Fürth-Spiel in beiden Partien. Bisher waren ja genug Chancen da. Kann man sowas wie Kaltschnäuzigkeit, wie Entschlossenheit trainieren? Oder sind das dann auch eher Dinge, die neben dem Platz in Gesprächen zum Beispiel passieren? Ja, sowohl als auch. Also klar kann man trainieren. Ich glaube, wenn man öfters aufs Tor schießt und der Gegner druckt, dann wird man besser. Aber ich glaube nicht, dass man das innerhalb von einer Woche trainieren kann, sondern es ist halt ein stetiger Prozess. Das andere ist einfach ein Stück weit Vertrauen, den Jungs Vertrauen geben. Das sage ich auch öfters. Also für mich wäre es viel schlimmer, wenn wir keine Chancen hätten und hätten jetzt zwei Spiele gehabt und hätten in jedem Spiel gefühlt nur zwei Chancen. Das war nicht so. Wir hatten, glaube ich, in jedem Spiel genug Chancen, die Spiele zu ziehen. Und das gibt mir einfach die Hoffnung und die Zuversicht, dass wir in Zuversicht die Dinger reinmachen. Weil ich sehe die Jungs im Training, ich sehe die Qualität von den Spielern und dann müssen sie es nur aufs Spiel übertragen. Ja, Niklas, bitte. Heute ist ja auch ein besonderer Tag. Um 18 Uhr schließt das Transferfenster. Ich gehe fest davon aus, dass du auch eine Frage dazu erwartet hast. Deswegen stelle ich sie mal. Ihr habt zwei mehr oder weniger Neuzugänge geholt, einen richtigen Neuzugang und mit Mikkel quasi einen zurück. Tut sich da noch was bis 18 Uhr? Durftest du noch mal eine Wunschliste abgeben, die Uwe Stöber bearbeitet hat oder auch nicht bearbeitet hat? Ja, also grundsätzlich so Uwe Stöber, ich, die Scouts, wir sind da immer im ständigen Austausch. Wir haben, glaube ich, zu Beginn der Transferperiode gesagt, wir wollen den Kader ergänzen bzw. verstärken. Ich glaube, das ist uns gelungen. Mit Mikkel Kierkeskopf, mit Bernhardson haben wir zwei Spieler geholt. Der eine, der braucht keine lange Anlaufzeit. Der war schon hier, der weiß, wie es läuft. Der andere Spieler, den haben wir schon ganz lang auf dem Schirm gehabt. Den wollte man dann wahrscheinlich wieder im Sommer wieder versuchen zu holen. Also da sind wir sehr glücklich darüber, dass wir den Kader schon mal ergänzt bzw. auch verstärkt haben. Jetzt haben wir noch einen Tag Zeit, man weiß nie, was passiert. Und trotzdem bin ich fein, so wie der Kader ist. Ich bin kein Trainer, der nur weil ein, zwei Spieler verletzt sind oder weil mal ein, zwei Spiele verlieren direkt zu Uwe Stöber ins Büro rennt und sagt, Uwe, wir brauchen neue Spieler, weil die anderen sind zu schlecht. Also so sehe ich mich nicht, so sehe ich das ganze Trainerteam nicht. Ich glaube, das strahlen wir auf die Mannschaft aus, dass wir Vertrauen haben in die Jungs, die da sind. Und wenn man jetzt den Kader anguckt, sehe ich immer noch genug Qualität darin, dass wir Spiele bestreiten können und gewinnen können. Und trotzdem ist noch ein ganzer Tag Zeit. Wenn wir noch einen Spieler finden, wo wir glauben, der passt zu uns, der bringt uns weiter, dann kann schon sein, dass noch was passiert. Wenn nichts mehr passiert, dann ist es so, wie es ist. Und ich bin immer noch zufrieden mit dem Kader und habe sehr viel Vertrauen in die Spieler, die da sind. Ist jetzt halt auswendig gelernt gewesen, ist aus voller Überzeugung. Da muss ich jetzt dann aber natürlich noch mal nachhaken. Wie ist denn die Tendenz? Du hast jetzt gesagt, es wird euch ja jetzt nicht in den letzten Stunden quasi einer über den Weg laufen, den ihr noch nie gesehen habt und wo ihr noch nie ein Video geschaut habt. Wie ist denn die Tendenz? Die Tendenz ist schon so, dass man Gespräche führt, aber das ist ja eher dann Uwe Stöbers Abteilung, sag ich mal. Da geht es ja dann auch einfach um Finanzen. Und es muss ja auch alles passen. Mir ist es einfach wichtig, dass wenn ein Spieler kommt, dass er zu uns passt, dass er auch charakterlich zu uns passt. Alles andere muss der Uwe Stöber managen. Und deswegen wappen wir mal ab, was noch passiert heute. Genau, und wenn es dann soweit ist, werden wir euch auch rechtzeitig informieren. Ja, Niklas, bitte. Trotzdem natürlich noch eine Nachfrage. Da gab es ja in den letzten Tagen den ein oder anderen Namen, der da durch die Gegend kursierte. Aber wer sehr heiß diskutiert wurde, war Maximian Entrup aus Österreich, vom TSV Hartberg. Ich gehe stark davon aus, dass du den Namen auf jeden Fall kennst. Jetzt wirst du uns nicht sagen, dass er kommt oder nicht kommt. Aber wäre das ein Spieler inzwischen, hört man, beide Vereine konnten sich nicht einigen. Wäre das einer gewesen, den du dir hättest vorstellen können, wenn es denn so ist? Also ich kenne den Spieler, habe ich schon mal spielen sehen gegen Deutschland im Länderspiel. Aber es macht keinen Sinn, über Spieler zu reden. Jetzt warten wir einfach mal ab, was heute passiert. Bis heute Abend, 18 Uhr, und dann wissen wir einfach mehr. Arnold, Marc, bitte. Reden wir über einen, der da ist. Und in der vergangenen Woche auch durch eine Großchance im Fokus stand, Schuto Maschino. Mussten Sie ihn irgendwie länger aufbauen dadurch? Und haben Sie nochmal so einen generellen Eindruck für uns, wie er sich generell inzwischen hier fühlt? Kann das dieses gewisse Fremden, über das wir mal gesprochen haben, auch noch zu dieser Durststrecke mit beitragen? Ja, auch bei Schuto ist es, glaube ich, so ein bisschen sinnbildlich für das, was ich gesagt habe. Ich würde mir viel, viel mehr Gedanken machen, wenn Schuto spielen würde und hätte keine Chance. Aber wenn ich jetzt die zwei Spiele sehe, wenn ich das letzte Vorbereitungsspiel sehe gegen Hannover, dann sehe ich einfach einen Stürmer, der viele Chancen hat, der aber in Hannover dann Tor macht, aber danach einfach kein Tor geschossen hat. Aber so von dem her, ich sehe einfach einen Spieler, der sich entwickelt hat, der defensiv viel besser geworden ist, wie als er gekommen ist, der Torchancen hat. Es fehlt einfach so das letzte Gwendchen, um dass er das Tor macht. Und er ist Stürmer, deswegen ist er dann auch, ja, macht ihm schon was aus, ein Erfolgserlebnis würde ihm schon gut tun, aber es gilt, ihn zu unterstützen einfach. Ja, und das haben wir gemacht. Wir reden mit ihm, wir vertrauen ihm weiter, weil ich einfach sehe, da haben wir einen Stürmer so, da fehlt einfach ein bisschen was und dann haben wir einen richtig guten Spieler. Und da gilt es einfach auch Vertrauen in ihn zu haben und jetzt nicht anfangen, an ihn zu zweifeln, nur weil er den Ball zehn Zentimeter übers Tor geschossen hat. Hätte er ihn reingeschossen, wird ein Spiel gewonnen, dann wäre er der große Held. Und so nah ist manchmal Glück und Pech zusammen. Und aber ich bin da weit weg davon, nur weil er den Ball jetzt drüber geschossen hat, da den Stab zu brechen und sagen, er schießt kein Tor, wir brauchen einen anderen. Sondern er hat die Chancen, das ist gut, er muss da weitermachen und dann werden wir noch viel Spaß an ihm haben. Niklas, bitte. Wir hatten schon über die Neuzugänge gesprochen. Das sind vor allem auch mit Bernhardson sicherlich Spieler auch mit Perspektive für die Zukunft, wo man eine Idee hat, warum man sie geholt hat. Die hätte man sicherlich nicht geholt, wenn man auf einem Mittelfeldplatz gestanden hätte. Dann würden wir wahrscheinlich auch jetzt nicht groß über Neuzugänge noch diskutieren. Das hängt ja schon auch mit der Tabellensituation zusammen, dass ihr da oben mit dabei seid. Nun ist nach zwei Niederlagen dann automatisch auch immer ein bisschen Unruhe. Das sagte Nikola Remberg dann gestern auch, als ich mit ihm sprach. Verspürst du da als Trainer dann jetzt auch in einer gewissen Art und Weise so ein bisschen Druck, dass sich da was geändert hat, einfach weil ihr Herbstmeister seid, weil ihr da oben gestanden habt, jetzt auch transfertechnisch auch nochmal nachlegen zu müssen, um auch da oben zu bleiben, um auch die Erwartungen zu erfüllen? Nee, Druck verspüre ich gar nicht. Nochmal, wir sind total happy, dass wir da oben sind oder dass wir da oben ganz oben waren. Ich glaube, Bernhardson hat sich einfach ergeben dann aus der Konstellation, wir können ihn kriegen für einen anderen Preis, wie vielleicht noch zu der Zeit, wo wir ihn auch haben wollten und er ganz weit weg war. Und ich glaube, das Ziel sollte einfach sein, dass wir auch eine Mannschaft zusammenstellen, die auch perspektivisch gut ist. Und Bernhardson garantiert uns einfach, das ist ein richtig guter Spieler, dass wir mit ihm noch viel Freude haben werden. Und ob wir den jetzt geholt hätten, wenn wir Siebter gewesen wären, weiß ich nicht. Fakt ist, wir haben ihn geholt. Ich bin total glücklich darüber, dass wir ihn haben, weil er unsere Mannschaft einfach besser machen wird. Aber Druck verspüre ich überhaupt keinen. Vielleicht anders gefragt, zeigt das die Ambition von Holstein-Kirch oder unterstreicht das die Ambition von Holstein-Kirch nach so einer guten Hinrunde dann schon auch doch sich intensiver mit dem Thema im Zollfallaufstieg beschäftigen zu wollen und zu müssen? Ich glaube einfach, das geht darum, uns sind einfach Stürmer weggebrochen. Und das hat ja auch was damit zu tun. Ich glaube, wenn alle Stürmer fit gewesen wären, hätten wir jetzt offensiv im Winter wahrscheinlich nichts gemacht. Aber so, Fiete fällt aus, wenn die Pichler fällt aus. Also ich glaube, das wäre ja dann schon auch fahrlässig zu sagen, wir spielen einfach weiter, aber haben irgendwie zwei Spieler weniger zur Verfügung. Also das ist ja schon ein Mix aus beidem. Zum einen wollen wir die Qualität beibehalten, plus wir haben auch eine Perspektive, was wir auch immer gesagt haben. Wenn wir was machen, dann machen wir nur was mit Sinn und Verstand. Und ich glaube, das ist ein Transfer, der einfach absolut nachvollziehbar ist und absolut sinnhaft ist auch. Und deswegen haben wir den auch aus voller Überzeugung gemacht. Und trotzdem ist klar, wenn alle gesund gewesen wären, hätten wir den Transfer vielleicht im Sommer abmacht versucht. Jetzt haben wir ihn vorgezogen und damit bin ich fein, damit sind alle fein. Und ich glaube, das ist der Weg von Holstein-Kiel. Und da identifizieren wir uns auch alle damit. Ja, Mike, bitte. Genau, nochmal, um auf Magdeburg zu sprechen zu kommen. Die letzten Spiele, da gab es ja immer viele Tore, besonders das letzte Heimspiel, was denn ja leider verloren wurde aus Kieler Sicht, gab es aber auch viele Fehler auf beiden Seiten. Worauf habt ihr euch da dieses Mal eingestellt und wie auch gegen Magdeburg? Ja, ähnlich wie die Spiele davor. Magdeburg-Spielweise hat sich jetzt nicht grundlegend verändert. Beide Mannschaften wollen Fußball spielen. Deswegen ist es halt immer so, wenn man Fußball spielen will, macht man auch den einen oder anderen Fehler mal. Ich glaube, in den Spielen war es dann auch so, dass die Tore, die gefallen sind, die waren auch relativ gute Tore. Also teilweise war es auch schwer, die Tore zu verteidigen. Und von dem her könnte es wiederum sein, dass wieder viele Tore fallen. Klar wollen wir defensiv gut stehen, will Magdeburg wahrscheinlich auch. Aber wir haben uns, was ich gesagt habe, darauf vorbereitet, in der Mannschaft, die Fußball spielen will, die viel dribbelt, die immer nochmal so einen extra Pass spielt, die auch hoch attackiert, wo es viele 1-zu-1-Duelle gibt auf dem ganzen Platz. Darauf haben wir uns vorbereitet und darauf werden wir auch Antworten haben. Ja, gibt es weitere Fragen? Da ist noch eine von Marc, bitte. Dann frage ich nochmal nach der Planung bis zum Spiel. Heute nochmal Training vermutlich und dann Reise. Ganz genau. Wir trainieren jetzt, 11 Uhr, dann setzen wir uns in den Bus, fahren da hin, haben morgen früh nochmal leichtes Anschwitzen und dann geht's los. Dann schaue ich nochmal in die Runde, sehe keine weiteren Wortmeldungen, Wortmeldungen, Fragen. Dann wünsche ich einen schönen Rest, Donnerstag und bis morgen. Ciao.